Ich bin Farsia Fallach, Komponistin, und ich wohne in Köln. Ich komme aus dem Iran, und ja, ich komponiere mit großer Freude. Ich sage es mal so, also Musik ist auch zum Hören, insofern ist es unwahrscheinlich wichtig, dass es aufgeführt wird, insofern, genau, Konzerte sind sehr wichtig. Also ich gehe sehr, sehr gerne immer ins Konzert, leider in dieser Corona-Zeit war diese essenzielle Luft nicht da, ins Konzert zu gehen, Livemusik zu hören, aber generell gehe ich ganz, ganz oft ins Konzert, verschiedene Konzerte, und das ist immer immer so, also wunderbar, also da sitzen, hören, kreativ denken, genau, also ist für mich immer sehr wichtig. Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit verschiedenen Musikern, das macht mir immer große Freude, durch Musik mit verschiedenen Menschen in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten, und ich finde es auch super, wenn man eben mit verschiedenen Musikern, verschiedenen Ensembles zusammenarbeitet, und insofern auch, genau, verschiedene Konzerten, Konzertreihen oder Festivals, eben der Reiz liegt für mich darin, dass man durch die Arbeit mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Ensembles, verschiedenen Musikern, verschiedenen Konzerten ein breiterer Denkhorizont hat. Ich bin Mitglied von Kollektiv 36 Köln, wir sind ein Kollektiv von Musikern und Musikerinnen und Komponentinnen, und wir arbeiten immer an total verrückten Ideen und wir geben alles dafür, dass wir dann diese Ideen auch realisieren. Wir haben auch immer wieder Geste, was wir dann wunderschön finden, dass wir dann eben auch auf diese Weise mit anderen kooperieren können. Zudem bin ich auch Mitglied von Tritonusverein zur Förderung zeitgenössischer Musik und da sind wir auch aktiv, dann in verschiedenen Richtungen denken, also es gibt eine Konzertreihe hören sehen und innerhalb dieser Konzertreihe gibt es verschiedene Konzerte, mit verschiedenen Schwerpunkten, Geste aus ganz Deutschland, haben wir auch sogar aus der Schweiz Geste gehabt. Genau und dann sonst bin ich auch weiterhin in Kontakt mit ganz vielen Musikern im Teheran und ich gebe mein Bestes, damit ich so viel machen kann, was man aus der Ferne machen kann. Also auf jeden Fall muss ich erwähnen, dass ohne Ali Reza Marsha Yerhi würde ich auch wahrscheinlich keine Komponistin werden. Insofern, das heißt also die Motivation kam überhaupt durch ihn. Also er war mein erster Kompositionslehrer in Teheran und er war der Gründer von Teheraner Neue Musik. Genau, also der Weg zum Komponieren habe ich eigentlich durch ihn kennengelernt. Also ich bin Komponistin geworden, kann ich so sagen, weil ich mal zu Ali Reza Marsha Yerhi ging. Und er war mein erster Kompositionslehrer in Teheran und er ist der Gründer von Teheraner Gruppe von Neue Musik. Genau, also der Weg zum Komponieren habe ich eigentlich durch ihn kennengelernt. Dann hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis diese feste Entscheidung da war. Okay, es geht nur um das Komponieren. Das ist der Lebensweg. Genau, insofern ist eine Mischung aus dieser abrupten Entscheidung und einem Weg, den man bis dahin geht. Wie ich gesagt habe, ich wohne in Köln, aber gerade darf ich die wunderbare Musikszene von Frankfurt auch erleben, weil ich gerade die Stipendiatin von Archiv Frau und Musik bin. Das ist ein Stipendium in Kooperation von Archiv Frau und Musik und Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt. Und genau, also es gibt mir auch große Freude, jetzt einen Blick zu bekommen in das Archiv und was alles da als Bestand gibt und was alles bis jetzt gemacht wurde. Und alle wunderbare Projekte, die dann da initiiert werden und laufen. Und auch freue ich mich sehr durch diese Gelegenheit mit den tollen Studierenden der Hochschule zu arbeiten. Und genau, ich freue mich einfach, die Musikszene von Frankfurt zu erleben. Ich freue mich sehr überlegen! Vielen Dank.